Ich bin wieder so happy, das ist geil. Ihr bekommt sicher Lust wieder aufs Radfahren, wenn ihr die Bilder seht. Aber mir geht das selbst so. Ich brauche weiter zur TikTok- várias. Ich bin jetzt hier in Trabemünde, bin hier gerade angekommen im Zug von Hamburg raus und will heute eine Tour starten nach Wismar an der Ostsee entlang und mal schauen, ob es eine Tagestour wird oder eine Zweitagestour. Zelt habe ich nicht dabei, aus gutem Grund, aber dazu komme ich später noch. Jetzt geht es erstmal hier mit der Fähre über ein Gewässer und dann esse ich meine Fischbrütschen, die ich gerade hier erworben habe. Ja cool, endlich geht es bei mir los. Ja, letztes Jahr war ich hier auch in Trabemünde, als ich meinen Arm gebrochen hatte, bin ich mal hergefahren, natürlich ohne Fahrrad, in einen voll überfüllten Zug und ja, habe hier ein bisschen rumgelummert, ja, konnte ja nicht viel machen. Und ja, jetzt freue ich mich auf die Tour an der Ostsee entlang, schauen, es ist noch etwas frisch und morgen soll es noch kälter werden. Ob ich morgen noch weiterfahre, weiß ich noch nicht. Ich fahre auf jeden Fall erstmal nach Wismar, dann vielleicht nach Schwerin und vielleicht nach Rostock weiter, keine Ahnung. Ich setze mich erstmal auf ein Bänkchen in der Sonne und werde mir die Fischbrütschen reinziehen. Das ist ja total geleckt hier. Ja, das fängt schon mal richtig schön an hier. So kleine Dünchen. Und ja, mein Fischbrütschen wollte ich jetzt gerade nicht essen, vor dem Restaurant von Henssler. Da wäre mir sicher ein Appetit vergangen. Nein, ich suche mir mal ein ruhiges Blitzchen gleich. Ja, das ist eine lustige Feenhaussiedlung hier, auf so einem Sandweg. Also zur Hochsaison wollte ich jetzt hier nicht fahren. Ich glaube, da könnte man nur durchschieben. Ja, ich glaube, der Zeitpunkt ist genau richtig jetzt. Das geht ja schon gut los hier. Eine Sperrung. Es gibt hier keine Alternative, außer an der Straße entlang. Aber da kommen andere Radfahrer entgegen. Mal sehen, was die sagen. Nagelneuer Radweg soll hier entstehen. Der ist noch nicht fertig. Hier ist das Planum fertig. Und gerade kam eine Frau. Irgendwie erscheinen die bei dem Tourismus hier zu arbeiten. Und meinte, ja, man könnte hier durchfahren. Das war auch Zufall. Ich wäre aber auch sonst hier durchgegangen. Ach, ist das geil wieder. Cool. Sehr geil. Ich habe meine Route so geplant, dass sie immer im Wasser bleiben führt. Und ich denke mal, das ist der Ostseeküstenradweg D3, glaube ich, war das. Ja, ist noch ein bisschen frisch. 13 Grad. Ich habe in der Wetter-App mal geguckt. In Süddeutschland sollen das ja um die 26 Grad werden. Ja, zum Beispiel in Tübingen. Hier kriegen wir heute vielleicht mal 18 Grad zusammen. Aber mir reicht das. Hauptsache, es sind nicht so viele Touristen unterwegs. Danke. Ja, hier rechnet auch keiner mit Verkehr. Ah, jetzt verlegen die hier so komische Platten wieder. Hier wäre ein schönes Plätschen gewesen, aber es ist etwas zu schattig. Ende der Baustelle nach zwei, drei Kilometern in etwa. Und ich setze mich erst mal gleich dahin und freue mich schon auf das Frühstück. Boah. Oh, lecker. Ich wollte eigentlich nur zwei Matjesbrötchen bestellen. Und dann fragte sie mich, ja, welchen Matjes? Die hatten vier verschiedene zur Auswahl. Irgendwie einen holländischen, den milden, den habe ich genommen. Und einer mit Kräutern, einen geräucherten und irgendwie noch einen. Also fantastisch und richtig frisch. Lecker, lecker, lecker. Und das andere Brötchen hebe ich mir für später auf. Ach, ich habe mich so schwer getan, jetzt mit der Tour da wieder reinzukommen. Habe überlegt, wie mache ich das? Wo fahre ich hin? Wie komme ich wieder zurück? Ich wollte auch nicht mit dem Auto fahren. Das Auto hat sich mein Sohn ausgeliehen. Der kann das jetzt besser gebrauchen. Ja, dann habe ich überlegt, was machst du? Ostsee. Okay, das Wetter ist einigermaßen okay. Das ist sogar super. Und fährst du nach Schwerin, fährst du nach Rostock. Hier haben sie die Platten schon verlegt. Aber es ist total rubbelig. Ich weiß nicht, ob sie es nochmal abrütteln. Aber so fährt es sich nicht gut. Also fährt es sich gerade besser auf der wassergebundenen Decke. Äh, eh keinen Einfluss drauf. Ups, hier haben sie den Belach noch nicht fertig. Und dann habe ich gestern Abend einfach eine Route eingezeichnet, hier nach Ostendland. Ich saß da fünf Minuten dran, kurz mal geguckt, wie die Züge fahren. Super. Ui, der Bolke. Ja, genau. Da habe ich mir noch schnell ein Deutschland-Ticket wieder besorgt. Und damit fällt die Entscheidung auch immer leichter. Ja, gerade war es wieder abgesperrt. Ausstellen Fahrzeuge frei. Ich nehme an, dass sie alles vorbereiten für die Hauptsaison. Ostseeküstenradweg. Okay, da bin ich richtig. E9. Ich bin ein Iron Curtain Trail. Ja. Also eine Vorhandel. Ja, Trail. Sehen, so sind wir auch. Ja. Neh, ja. Ja, ja. Und deswegen. Ja. Ja. All퓶 tour Green. Es gibt hier auch ganz viele Sitzbänke, überdacht sogar, sehr schön. Aber so viele Fischbrötchen habe ich nicht dabei. Der Raps fängt schon an zu blühen hier. Geil. Jetzt bin ich doch etwas überrascht hier, wie gut die Wege sind. Ja, vorhin war alles Baustelle und war auch wirklich sanierungsbedürftig. Aber hier ist es gerade top. Richtig geil. Oh, was für eine krasse Steigerung hier. Unglaublich. So hat man die Werkstatt nach der Inspektion und Antriebswechsel das Fahrrad überlassen. Musik Ich bin wieder so happy. Ist das geil. Okay. Ich dachte, du kannst schön das Wochenende nutzen und am Video weiter schneiden. Ich hatte nämlich noch ein Video nach der Mürütztour. Das war mich zum Ratzeburger Seel gefahren. Auch eine total nette Tour. Grob schnell ist schon fertig. Ich dachte, mach das Video fertig. Nee, ich habe gesagt, komm. Jetzt raffst du dich auf und fährst wieder eine Tour. Aber ich bin so froh, dass ich mich dazu auch zusammengerissen habe. Guck mal, ein schönes Fachweckhäuschen hier. Sehr cool. Jetzt geht es ein kleines Stück landeinwärts und dann ein paar hundert Meter wieder zurück ans Meer. Wer meine Videos schon länger schaut, der weiß ja, dass ich hauptsächlich mit OSM Ant navigiere. Den Track habe ich noch auf meinem Nyon liegen, um einfach die Strecke zu sehen. Aber der navigiert halt nicht. Ich habe jetzt herausgefunden, dass man bei Osmann das so einstellen kann, dass das Display bei Navigationsanweisungen angeht und nach einer bestimmten Zeit wieder ausgeht. Ich habe fünf Sekunden eingestellt. Das ist genial. Und spart halt eine Menge Strom. Ich kann gerade eine Frauengegend genauer bei diesem Drängelgitter. Ich habe es ja letztens schon erzählt in meinem Erklärvideo oder ich sage mal in dem Videospielvideo, dass ich meine Drohne kaum noch benutzt habe. Ich hatte eine Mavic Mini und die hatte halt keine Sensoren, keine Abstandssensoren. Das heißt, die kann man so gegen die Wand fliegen. Und ich habe sie kaum noch benutzt. Ich hatte auch keinen Tracking-Modus. Jetzt habe ich die verkauft und mich im Zuge damit oder dessen wieder damit beschäftigt. Dann habe ich mir jetzt die DJI Mini 4 Pro zugelegt. Die hat halt rundherum Sensoren. Man muss nur aufpassen bei dünnen Ästchen. Das erkennt sie nicht. Dann musste natürlich das DJI Care-Paket für 140 Euro oder ich glaube 140 Euro für zwei Jahre abgeschlossen. Da wird mir die Drohne viermal ersetzt, falls ich die mal irgendwie verliere. Ja, macht schon Spaß. Also es war gerade eine Szene, die verfolgt mich halt vollständig selber. Und das kann man einstellen, ob sie einen verfolgt oder parallel verfolgt oder irgendwelche Figürchen macht. Aber das war mir etwas zu heikel, da ja die Bäume waren. Und hier sehe ich das Meer. Hier seht ihr das. Da ist mir gerade eine Wespe reingeflogen in den Helm. Das ist der Nachteil bei diesem Helm. Der hat vorne gar keine Gitternetzstruktur wie mein alter Abus-Helm. Ja, das wundert mich. Wie soll das funktionieren? Da fliegen doch ständig irgendwelche Viecher rein. Da kann man die alle aus den Haaren kämmen. Jetzt geht es wieder zurück ans Meer. Wir drehen hier eine Schleife. Was heißt wir? Wir drehen hier eine Schleife. Und da hinten ist dann ein Boltenhagen. Genau, es ist nicht mehr weit. Ich schätze mal fünf Kilometer. Da werde ich mich aber nicht allzu lange aufhalten, vorsichtig. Es geht dann nämlich weiter Richtung Wismar. Jupp. Hey, ich bin überrascht. Ich bin echt überrascht, was der Tag mir heute schon geboten hat. Ja, normal ist das nicht. Hier geht es aber weiter von mir. Einmal um die Schrankwäger. Ja, ja, so gelb, gelb, gelb blüht der Raps hier schon. Das Blau und das Gelb, das passt irgendwie ganz zusammen. Da stehen ganz viele Leute herum. Da gibt es wahrscheinlich eine sehr schöne Aussicht über die Klippe. Wenn da noch eine vorhanden ist nach dem Sturm dieses Jahr. Ich kenne das ja alles immer mal wieder. Gerade im Bereich der Städte. Hier gibt es auch eine Fischräucherei. Muss ich jetzt auf diesem Schrottweg fahren? Oder wie? Oh, Servene. Ja, bin jetzt in Boltenhagen. Ja, also Fahrradinfrastruktur ist praktisch hier nicht verhanden. Es gibt keine Radwege hier. Jo, wo bin ich denn hier gelandet? Bin grad mal etwas von der Strecke abgefahren, weil es hier so eine Landzunge gibt. Und ja, ist ganz nett hier und urig. Ja, vielleicht esse ich hier mal mein anderes Fischbrötchen. Ja, sehr cool. Hier kommt glaube ich keine Sau vorbei. Hier ist jemand verstorben. Hey, sehr schön. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht geil? Okay, Platz der Stille. Ich verstehe. Platz der Stille. Aber Brötchen essen darf ich hier, oder? Übrigens habe ich genau die richtige Flasche für mich gefunden. Die ist BPA-frei und schmeckt null nach Plastik. Die hat mir Jürgen zugeschickt. Der war selbst so begeistert, dass er mir die zugeschickt hat. Oder sogar mehrere. Und mit diesem Nuckelverschluss hat er mir noch nachgeschickt. Genau. Ich weiß jetzt nicht, wie die heißen. Aber ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung drin. Ich habe mir dann noch diesen Feedlockhalter rangemacht. Ja, der baut immer ein bisschen stark auf. Aber es ist halt super praktisch. Ja. Ach so, und wieso ich kein Zell dabei habe. Ich habe mit meinem Fahrrad zwei Probleme. Und zwar, ja, ich habe letztens das Fahrrad mal richtig schön gewaschen, wie sich das gehört. Ja, ich bin ja den ganzen Winter auch durchgefahren mit dem Ding. Jeden Tag zur Arbeit, auch bei Schnee. Ich habe das nie richtig sauber gemacht. Gut, ich habe mal die Kette gepflegt. Jedenfalls habe ich das Rad jetzt kurz vor Ostern mal richtig schön sauber gemacht. Und festgestellt, dass ich einen kleinen Haares unten in der Felge habe. Ja, und da will ich jetzt das Rad nicht mit unnötig Gewichte noch belasten. Aber ich wollte halt unbedingt jetzt losfahren. Ich habe auch schon einen Werkstatttermin gemacht. Der ist am 12. Mai. Dauert also noch. Wahrscheinlich kann ich das Rad dann erstmal eine Woche da lassen und kann nicht fahren. Jedenfalls ärgerlich. Ja, ich habe es wahrscheinlich tatsächlich zu schwer beladen. Teils ja mit 15 oder 20 Kilo überladen. Jo, da bin ich selber schuld. Aber so ist das nun mal. Ja, und dazu kommt noch die Federgabel. Die federt einfach nicht mehr. Die hat wahrscheinlich, die wurde gebeutelt wahrscheinlich von den Radwegen in Hamburg mit den vielen Schlaglöchern und den ganzen Unebenheiten. Die habe ich ehrlich gesagt im Winter auch nicht großartig gepflegt. Und ich habe ab und zu mal das Tauchrohr sauber gemacht. Aber ja, sie ist jetzt steif. Da kann ich auf und zu machen, wie ich will. Ich habe auch schon auf der anderen Seite, ich habe hier auch schon versucht Luft einzupumpen und rauszulassen. Das ist nichts zu machen. Ja, Sandtour klingt ja schon wie so eine Billig-Airline. Ja, also dementsprechend Qualität hat die auch. Also ist nichts Besonderes. Kostet neu 200 Euro. Mal sehen, ob die Garantie mir das ersetzt. Gut, ihr braucht ja nicht verraten, dass ich mein Rad überladen habe. Aber vorne sowieso nicht. Also vorne, gut hinten mit der Felge. Da könnten sie meckern. Schauen wir mal, ich berichte. Ach so, und dann nochmal vielen Dank Harry für dieses tolle Rohr hier. Da hat er so ein Rohr gebastelt. Abflussrohr mit einem Schrumpfschlauch außenrum. Wo ich meine Kamera einfach reinstecken kann. Hat sich bisher schon bewährt, den halben Tag. Ja, ich habe das hier mit so textilen Kabelbindern festgemacht. Vorne an dem Klickfix. Da schlackert ein bisschen hin und her. Da muss ich nochmal gucken, dass ich das optimiere. Ja, jetzt gucke ich mal, dass ich weiterkomme. Ich will jetzt nach Wismar fahren. Es sind nur noch ein paar Kilometer, 20 Kilometer oder so. Ja, wie man sieht, habe ich mich auch umgezogen. Es war genug mit der kotzen Hose. Ja, meine klassische Garnitur wieder. So, mal los. Jo, das war ein total nettes Plätzchen. Aber es kamen doch zwei Pärchen vorbei. Also ganz alleine war ich da nicht. Aber wenn ihr meinen Track euch anschaut, dann werdet ihr diesen Platz auch finden. Ja, und zunächst dachte ich, die Federgabel kannst du verzichten. Lässt sie einfach starr. Aber bei solchen Wegen merkst du ja echt schon einen Unterschied. Nee, das Ding muss wieder federn. Ach so, beim Handgelenk geht es wieder richtig gut. Ich merke noch, es ist nicht so beweglich wie vorher. Aber Schmerzen oder so, alles gut. Auch hier auf solchen Strecken. Habe ich da auch, wenn ich jetzt hier einhändig fahre, da überhaupt kein Thema mehr mit. Super. Nur, da hatte ich in der letzten Zeit so stark genießt, da hatte ich mich dabei gerade zur Seite gedreht. Ich war der Meinung, ich habe in der Rippe dabei gebrochen. Ich konnte kaum noch aufstehen. Ich dachte so, das war an Ostern. Dann wollte ich eigentlich eine Tour machen. Nee, vergiss es. Da kommst du nicht mehr aus dem Zelt raus. Und deswegen, ja, habe ich echt schon wieder Panik gekriegt. Aber inzwischen ist das wieder gut. War wahrscheinlich nur eine Zerrung. Aber beim Aufstehen hatte ich so richtig Knirschen gehört immer. Als wenn Knochen auf Knopfung reibt. Äh. Man wird nicht jünger. Man wird nicht jünger. Wenn es interessiert, ich werde dieses Jahr 57. Geht auch schon langsam noch die 60 zu, ey. Musik. 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 Nagel neu dieser Belach hier. Sehr schön. Musik. 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 Jetzt komme ich hier an den Campingplatz. Da war ich auch schon mal mit meinem Sohn ein paar Mal. Das ist echt total nett. Okay, da ist jetzt die Straße zwischen Campingplatz und Meer. Aber man hat hier keine 50 Meter zu laufen, um ans Wasser zu gucken. Ja. Hier stand das Zelt. Und da ist direkt das Meer. Ja, offenbar haben die noch geschlossen. Ja, die haben ordentlich ausgebaut. Neues WC-Häuschen gebaut. Cool. Ja, gleich um die Ecke ist der Campingplatz Liebeslaube. Da war ich noch nicht. Musik. Okay, da war jetzt ein bisschen Landstraße dabei. Jetzt geht es wieder ans Wasser. Ja. Ja, aber Tal ist ganz schön hügelig. Im E-Bike ist schon nicht schlecht. Ah, ich merke da nicht viel von, von den Steigungen. Der Platz scheint für Touristen auch nicht offen zu sein. Ja, nee, jetzt erst den 13. April meine ich. 13. April, glaube ich. Hier kann man im Leuchtturm übernachten, auch wenn das kein echter ist. Aber man hat da oben einen rundum einen Blick. Ach, nette kleine Häuschen. Schöne kleine Feenhaussiedler. Ganz ordentlich. Das sind ja mal interessante Häuschen in warmen Form. Cool gemacht. Es gibt immer so viel zu entdecken. 10 nach 2 bis 50 Kilometer gemacht. Ja, ich habe ein paar Mal die Drohne rausgeholt. Bestimmt 6, 7 Mal. Nicht alles ist was geworden. Muss man noch ein bisschen üben. Ja, ich bin 15 Kilometer, nicht 12 Kilometer in Wismar. So, mal wieder eine Umleitung. Ja, da habe ich tatsächlich eine Umleitung gesehen, aber irgendwie Ende-Umleitung. Ja, jetzt machen wir das ganze Planung hier kaputt. Aber lässt sich fahren. Etwas sandig teilweise. Versinkt man richtig drin. Aber ist auch gleich wieder zu Ende. Oh, Scheiße. Mit einer Hand hier bremsen. Ja, das ist immer die Herausforderung zu filmen. Ja, inzwischen sind meine Griffe hier auch durch. Zumindest die Gummis. Ich könnte die natürlich nachbestellen, aber ich habe mir jetzt andere Griffe bestellt, die seitlich halt ein Röhrchen haben oder Deckel fürs Röhrchen am Lenker, sodass ich von der Seite einen Spiegel anbringen kann. Einen Spiegel und dieses Adapterstück hier habe ich auch schon bestellt. Habe ich schon da. Jetzt warte ich nur noch auf die Griffe. Das werden diesmal Ergon GP3. Genau. Ja, hier sind ja nur reetgedeckte Häuser. Reet-dach-gedeckte Häuser. Ach, das will ich mir nicht entgehen lassen hier. Schade, dass ich so zu essen dabei habe. Wobei, ich habe gar keinen Hunger. Aber was trinken wir jetzt mal kurz? Ich habe mir das gerade so schön vorgestellt, Drohne steigen lassen. Ich sitze hier auf der Bank und die Drohne schwitze nach oben weg übers Wasser. Und ich stehe hier auf der Steilklippe. Aber der Wind ist einfach zu stark. Das funktioniert hier nicht. Da habe ich ein bisschen Schiss mit der Mini, dass die mich hier irgendwie abhaut. Ich konnte es da doch nicht lassen. Die Drohne hat das echt super weggesteckt. Super cool. Unglaublich, was das kleine Ding leistet. So, noch vier Kilometer bis nach Bismarck. Das ist ja nicht so. Das ist ja schön. Das ist ja auch so. Das ist ja so. Das ist ja so. Das ist ja auch so, dass wir uns da machen. Und das ist ja nicht so. So, ich bin inzwischen in Wismar, was mich hier total überrascht, so einen breiten Radweg. Gut, der ist jetzt scheiße, aber ich mein, der ist schön breit hier. Der ist bestimmt noch nicht fertig. Ich wollte mir auf jeden Fall den Nikolai-Kirchen anschauen. Sollte wir das höchste Schiff haben. Wie gesagt, kommt das innen drin halt wieder. Eins der höchsten Kirchenschiffe der Welt oder, keine Ahnung, Backsteinkirchen. Jedenfalls läuft man da auch über die alten Grabsteinplatten. Da sind die Namen größtenteils durchgestrichen. Das heißt, da wohnt keiner mehr oder ist keiner mehr drin. Jetzt bin ich hier am Markt. Das ist irgendwie das Wasserwerk oder Wasserkunst. Die hatten hier damals ein sehr ausgeklügeltes Wassersystem. Und das war halt hier so die Zentrale. Genau, und hier ist ja irgendwo der alte Schwede. Da kommt ja auch der Name her, dieses Sprichwort alter Schwede. Genau, und die meisten Fassaden hier sind so ungefähr 200 Jahre alt. Und die wurden mal, ja, als die Kaufleute ihr Reichtum zeigen wollten, halt aufgepimpt. Aber hinter den meisten Häusern stecken tatsächlich uralte Fachwerkhäuser. Ja, ich hatte gestern noch ein Video von SWR gesehen, um ich so ein bisschen vorzubereiten. So, es ist jetzt 17 Uhr. Ich bin jetzt fast wieder los von Wismar. Und gleich gibt es mehr Infos. Ja, bin jetzt wieder aus Deutschland raus. Ich habe noch leckerer Pizza gegessen. Ich habe hier getrunken. Und sich dann wieder da aufzuraffen, das ist gar nicht so einfach. Ja, ich habe jetzt beschlossen. Und zwar... Moment. So, ich musste mir doch erstmal wieder einen Pulli anziehen. Es sind zwar 18 Grad auf dem Thermometer, aber es fühlt sich irgendwie kühler an. Na jedenfalls habe ich beschlossen... Was habe ich beschlossen? Ach so, ich wollte jetzt weiter nach Rostock fahren. Und ja, habe mir eine Zwischenübernachtung ausgesucht und gebucht. Neubuko. Genau. Und werde jetzt aber weiter meine Strecke an der Ostsee fahren. Und mit Buko muss ich dann rechts abbiegen. Genau, nach Neubuko. Ja, genau. Ich könnte zwar jetzt durchfahren. Nach Rostock sind 85 Kilometer jetzt noch. Aber was soll ich in der Nacht fahren? Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Deswegen, ich habe ja noch einen Sonntag frei. Gut, jetzt geht es mal weiter nach Neubuko. Ja, ich fahre hier am Hafen noch von Rostock vorbei. Und hier ist ein riesen Holzlager. Das sind bestimmt einige Werte, die hier rumliegen. Aber ich habe gerade ewig hin und her überlegt, als ich die Pizza gegessen habe. Ja, was ich jetzt machen soll. Auf der Insel Poel gab es über Airbnb ein Zimmer. Ja, hätte ich extra auf die Insel fahren müssen, wieder zurück. Und dann habe ich nach Hotels gesucht bei Google Maps. Und letztendlich dann... Ja, habe ich mich für dieses kleine Hotel entschieden. Ja, ich glaube, das ist ganz nett. Es ist ja auch nur zum Übernachten einmal. Ah, guck mal. Schön. Ja, jetzt denke ich, die Felge ist ja eh schon kaputt. Da brauchst du nicht mehr so eine Rücksicht nehmen. Ah ja. Ah, ist das schön. Hi. Guck mal, mit dem Gelb und dem Licht. Cool. Ich sehe schon, ihr bekommt sicher Lust wieder aufs Radfahren, wenn ihr die Bilder seht. Aber mir geht das selbst so. Zur Dokumentation. Ich bin jetzt ja etwa fünf Kilometer hinter Wismar in Richtung Rostock. Ja, und hier haben wir einen Landstraßen begleitenden Radweg, der offensichtlich ganz neu gemacht wurde. Glatt wegen Kinderpropo. Sehr schön. Aber jetzt habe ich mir das so schön vorgestellt, die Drohne da über dem Rapsfeld steigen zu lassen, dass sie mich parallel verfolgt mit dem Blick auf den Haf oder was das ist. Aber Tronic sagt mir leider, das ist eine App, dass es ein Naturschutzgebiet ist. Also hier darf ich nicht fliegen. Ja, ich weiß gar nicht, wie weit es ist. Ich habe jetzt gar kein Ziel direkt eingegeben. Ich schätze mal 15, 20 Kilometer. Vielleicht habt ihr ja mein letztes Video gesehen rund um die Müritz. Ich glaube, wie hieß das noch? Irgendwas mit Wasser. Ja, jedenfalls hatte ich da etwa 8.800 Kilometer drauf. Ja, mittlerweile sind es 18.800, zweieinhalb Jahre später. Ja, ich bin jetzt nicht besonders stolz drauf und letztes Jahr bin ich auch nicht gefahren, aber ja, das Rad ist gealtert. Ich auch. Und ja, was wollte ich damit sagen? Ja, ich habe bald meine 20.000 drauf und ja, ich wollte dann nochmal so ein Review geben. Oder ein Fazit, E-Bike nach vier Jahren mit 20.000 Kilometern. Ups. Ja, hier sind die Radwege nicht mehr so gut. So, mal kurz zur Orientierung. Ich wollte mal wissen, wie weit es noch ist bis zu meiner Unterkunft. Was war das denn für ein Kollege? Ah, mit Handgas. Ja, ja, ja. Genau, das ist hier meine Strecke bis nach Rostock. Das sind noch 67 Kilometer, die ich ja morgen dann zu Ende fahren werde. Jetzt will ich hier nach Neubuko. Mein Hotel liegt hier an der Stelle. Es sind noch 11,8 Kilometer und wir haben hier eine wunderbare Windmühle. Aber ich darf ja nicht fliegen, sonst hätte ich die einmal umkreist. Also die Ostseeküste euch hier etwas anders vorgestellt. Ich bin ganz schön hoch hier. 42 Meter über Meeresspiegel. Wow. 43. Kommt noch ein Meter dazu. Da geht es wieder über Gabb. 44. Leider sieht man das hier nicht. Ich fahr mal kurz vor. Das ist nicht so ein Gutshaus, so ein ehemaliges, was sie zum Hotel ausgebaut haben. Das ist mir ja auch gerade bei Booking aufgepoppt. Das hier. Ich hab mich für das andere entschieden. Fahr mal die Runde hier zu Ende. Ich muss wieder auf meinen Track. Ich bin ja nur wegen diesem Gutshaus hier vorbeigefahren. Das ist sehr, 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 sehr viel Spaß. Ich glaube, das ist mein Hotel hier in Neubuko. Das ist ein anderer Radler hier. Die einen schenken wohl offensichtlich. Das ist mein Zimmer. Ja, das Zimmer ist okay. Es ist halt klein, ein Einzelbett. 55 Euro. Naja, gut, okay. Wir sind ja hier auch am Nabel der Welt. Ja, aber ja, das passt schon. Aber erst mal, ich mag diese vorher nicht. Und frische Luft. Nee, schon, wenn ich am Campen bin. Jo, hier direkt am Marktplatz. Ja, man stellt das Bike dann nachher auf den Hof und die schließen das dann heute Abend in die Küche ein. Und morgen, wenn sie die Küche aufmachen, holen sie es wieder raus. Ja. Ja, das Hotel wird von Asiaten geführt. Die sind total nett, freundlich. Ja, ähm, genau. Morgen geht's dann weiter. Ich werd mir noch einen schönen Abend machen hier in Neubuko. Ja, ich werd mal hier auf den Kiez gehen und mal gucken, was hier los ist. Naja, ähm, wir sehen uns morgen wieder. Ja, bis denn. Ciao. Der nächste Tag hat tatsächlich eine Extra-Episode verdient. Aber das Ende ist in einer großen Katastrophe geendet, die auch nur so mir passieren kann. Nur so viel vorweg, ist niemand zu Schaden gekommen. Wie soll ich sagen? Papa ist ein Abrechen.